Ant-Man erscheint digital auf der Vivi App. Bei Bitforex gibt es außerdem Probleme beim Auszahlen und wir schauen uns alle bevorstehenden Drop-Ankündigungen an, sowie auch die San Diego Comic Con mit der Vivi Booth. Das soll noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und starten wir mit dem nächsten Marvel Charakter, den wir sehen werden auf der Vivi App und zwar Ant-Man. Ant-Man wird hier droppen und zwar nämlich schon relativ bald am 27. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit, das heißt jetzt am Samstag. Und wir werden hier nämlich zwei Varianten bekommen, einmal in der Hand kommen und man muss wirklich sagen, diese Grafik von den Collectibles sieht verdammt gut aus. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie die dann in Augmented Reality aussehen werden. Auf jeden Fall wird hier der Listenpreis bei 30 Dollar sein und wir werden hier eine Edition von 2333 Stück haben, außer natürlich eine Con-Exclusive und die First Publicment wird eine 41 sein. Als nächstes haben wir dann noch weitere Variante und die muss ich wirklich sagen, sieht verdammt cool aus. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und diese Secret-Jair hier von Ant-Man wird insgesamt nur 98 Editions haben. Vivi wird sich hier mit den Lizensoren 10 zurückhalten, also insgesamt 88 Editions Public verfügbar. Also auch hier wieder ein krasser, krasser Gammel, muss man tatsächlich sagen, der hier gemacht werden kann. Aber ich glaube, wenn man das Collectible bekommt, ist das schon sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Die Lowest Mint wird hier die Nummer 11 sein, also auch hier auf jeden Fall nochmal sehr interessant. Schreibt mir übrigens sehr gerne dazu unten mal unten in die Kommentare, ob ihr diesen Job mitnehmen werdet oder nicht. Ich persönlich finde es schon ziemlich spannend, ich werde ihn wahrscheinlich aber nicht mitnehmen, einfach aus Liquidity-Gründen. Kommen wir nun zu dem Thema, was wahrscheinlich viele Leute auch schon in den letzten Stunden und auch Tagen beschäftigt hat, das Thema Bitforex. Wir hatten ja ein offizielles Statement von Bitforex bekommen, dass sie wieder online gehen. Sie sind auch wieder online, derzeit gehen aber keine Transaktionen nach draußen. Und sie haben jetzt dazu nochmal ein Statement gemacht, wir übersetzen das einfach nochmal, sie verarbeiten momentan einfach eine große Anzahl an Auszahlungsanträgen. Was natürlich logisch ist, jetzt nach dieser langen Zeit, wo sie offline waren, will natürlich jetzt jeder schnellstmöglich sein Geld da raus haben. Und dementsprechend müssen sie natürlich auch die Kontodetails und alles notwendig überprüfen und verifizieren, bevor sie hier dann das Ganze weitermachen. Bisher ist aber tatsächlich keine einzige Transaktion rausgegangen, deswegen muss man sich hier tatsächlich fragen, liegt das nur daran, dass einfach super viele Leute auszahlen wollen oder gibt es vielleicht sogar doch noch ein anderes Problem. Ich bin mal gespannt, ich habe schon gesehen, dass heute auf jeden Fall einige ihre KYCs bestätigt bekommen haben und dementsprechend hier dann auch auszahlen dürfen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie alle Leute ihre Gelder rausbekommen, die auf jeden Fall ihre Gelder drin haben. Ich drücke euch die Daumen, falls ihr damit schon erfolgreich wart, schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare, damit das vielleicht auch andere Leute sehen und Bescheid wissen, dass sie jetzt auszahlen können. Kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr spannenden Part des Videos und zwar zu Zahlen, die David Yu bei einem Event von Blackbird, einem Venture Capital, präsentiert hat und zwar nämlich bei der Sunrise 2023. Es gibt davon ein gesamtes Interview bzw. eine gesamte Aufzeichnung auf YouTube, diese werde ich euch unten einmal komplett verlinken. Deswegen ist es auf jeden Fall 40 Minuten lang und sehr, sehr interessant, denn wir haben hier einige Daten bekommen in der Präsentation, die wir uns auf jeden Fall mal anschauen müssen. Denn insgesamt sollen sie wohl bisher über 8,5 Millionen Collectibles verkauft haben. Das würde ich sagen, kommt sogar wirklich hin oder das ist auf jeden Fall true. Dann insgesamt 10 Millionen Secondary Market Transactions haben sie wohl gemacht. Das kommt auch in etwa hin jetzt über drei Jahre bzw. fast vier Jahre sind es jetzt ja sogar. Also das haut auf jeden Fall hin. 2,3 Milliarden Dollar haben sie wohl bisher geschätzt an Umsatz gemacht und das ist tatsächlich schon ganz schön, ganz schön krass. Sollten diese Zahlen wirklich stimmen, also dann muss man wirklich sagen, ist es unfassbar profitabel. Und ich glaube nicht tatsächlich, dass die sich einfach da hinstellen und sagen, wenn okay, wir sagen jetzt sind es 2,3 Milliarden. Es könnte natürlich sein, dass sie vielleicht nur 2 Milliarden jetzt umgesetzt haben und einfach 2,3 Milliarden schreiben, dass es schöner aussieht. Ich möchte aber natürlich auch nichts unterstellen. Könnte aber marketingtechnisch auf jeden Fall Sinn machen, das so zu machen. Aber so oder so müssen die Zahlen auf jeden Fall über einer Milliarde liegen. Und dementsprechend ist das einfach extrem, extrem strong, meiner Meinung nach und zeigt auf jeden Fall, wie viel Umsatz da auch gemacht wird. Allein über den Secondary Market und dass Disney und Marvel insgesamt da auf jeden Fall sehr zufrieden sein werden. Insgesamt haben wir dann 180 Ländern, wo tatsächlich die App bisher gedownloadet wurde. Das ist auf jeden Fall auch krass. Insgesamt werden bisher 5 Languages supported. Und es sollen wohl insgesamt aktive User 260.000 Stück sein. Da muss ich tatsächlich sagen, das glaube ich persönlich nicht. Da kommt es halt so ein bisschen darauf an, wie definiert man aber auch den aktiven User. Also aktiver User kann zum Beispiel sein, er ist alle drei Monate auf jeden Fall mindestens einmal aktiv und macht irgendeine Interaktion in der App. Das könnte man als aktiven User tracken. Man könnte natürlich aber auch sagen, okay, aktive User sind wirklich nur die Leute, die halt auch wirklich ein Collectible kaufen. Das wissen wir einfach nicht. Das können wir schwer abschätzen, was wie wieder als aktiven User eigentlich betitelt. Ich gehe mal aber stark davon aus, dass es eher darauf hinauslaufen wird, dass es sowas ist wie, dass er mindestens alle drei Monate eine Interaktion in der App macht. Weil anders kann ich mir persönlich diese Zahlen nicht erklären. Weil man muss ganz klar sagen, die Daten auf der Blockchain sagen halt was komplett anderes. Da haben wir vielleicht insgesamt im Monat vielleicht 20.000 aktive User, die halt was gekauft haben, wo wir das sehen. Aber 260.000 User aktiv macht meiner Meinung nach auch momentan überhaupt keinen Sinn. Da würden wir eine ganz andere Marktlage haben. Daher gehe ich davon aus, dass es halt vielleicht Leute sind, die sich mal einloggen mit ihren Collectibles was machen, aber nichts aktiv kaufen oder den Markt beeinflussen. Sollten dennoch diese Zahlen wirklich stimmen und es sollte mit den drei Monaten stimmen, wäre das natürlich dennoch immer noch sehr, sehr positiv. Weil man einfach sieht, okay die App wird auf jeden Fall genutzt und selbst wenn das jetzt hier vielleicht auch nur 100.000 sind und es einfach fürs Marketing ein bisschen hoch gepusht wurde, dann ist das immer noch äußerst gut. Insgesamt wurden außerdem hier bisher 116 Dollar ausgegeben pro User durchschnittlich. Das ist auf jeden Fall auch ein Wert, der nicht gerade hoch ist. Bei Vivi muss man ganz klar sagen, was man aber auch weiß, wir hatten in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr viele Bots und sehr, sehr viele User, die natürlich reingekommen sind, vielleicht gar keine Collectibles bekommen haben, wieder aufgehört haben. Und diese ziehen natürlich dann den Gesamtdurchschnitt enorm runter. Ich vermute, dass wir sehr, sehr viele hatten als recht Bots, die dann halt gebannt wurden und dementsprechend natürlich auch diese Statistik damit runterziehen und dementsprechend der Wert halt so schlecht ist. Ich denke mal, ist auf jeden Fall deutlich höher, aber wie gesagt wird halt einfach negativ beeinflusst durch ein paar Daten, die einfach nicht gerade richtig sind wahrscheinlich. Was auch spannend war, die Google Play Store Rankings, da sind sie tatsächlich sehr, sehr weit oben. Nummer 1 in der UK, Nummer 1 in den USA, Nummer 3 in Italien, Nummer 1 in Australien, Kanada auch 1 und Spanien auch 1. Das ist hier die Kategorie Entertainment Apps und dementsprechend auf jeden Fall nicht so schlecht. Und was mir tatsächlich hier gerade auffällt und das ist schon ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier steht eigentlich Spanien, da steht aber Google Play Ranking the Top Crossing Entertainment Apps in Switzerland. Naja, da hat wohl jemand ein bisschen gepusht, wie auch immer. Auf jeden Fall ganz witzig, was hier wohl jemand verzapft hat, ist auch egal. Das waren im Prinzip jetzt so die wichtigsten Daten, die auf jeden Fall der Vivimeister hier rausgefunden hat. Ich werde euch wie gesagt hier das Video einmal von David komplett unten verlinken und gegebenenfalls auch nochmal einen Nachtrag dazu im nächsten Video machen, weil ich es jetzt einfach nicht geschafft habe, heute vor der Aufnahme mir das komplette Interview nochmal anzuschauen. Kommen wir zu San Diego Comic Con und hier läuft es momentan meiner Meinung nach richtig, richtig gut. Und zwar wurde nämlich ein offizielles Video von der San Diego Comic Con von Vivi released. Und ich muss wirklich sagen, die Boof. Ich war ja auf wirklich schon einigen Cons jetzt, wo Vivi auch vertreten war. Aber das hier ist mit Abstand die beste Boof, die ich bisher von denen gesehen habe. Und ich muss sagen, ja, ich zeige euch den mal ganz kurz einfach. Und ja, man sieht das schon hier, Cory und my Collectibles. Wir haben hier drüben einen Stand, so eine Vitrine, wo die Comics drin sind, die Fidgetals. Wir haben hier oben ein richtig schönes Logo. Wir haben hier so ein Background, was schön ist. Wir haben hier die Jacke von Stan Lee. Hier drüben auch nochmal Stuff. Wir haben hier drüben Comics liegen, von The Addiction sogar auch noch. Also es sieht auf jeden Fall schon deutlich professioneller aus. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr die Boof hier findet. Auch wenn die Grafik hier gerade nicht gerade super ist. Aber es sieht auf jeden Fall schon deutlich besser aus als früher. Schauen wir uns den nächsten Comic-Job an. Und zwar nämlich Spider-Man Rain Hashtag 1. Und das Ganze wird hier mit der First Appearance of Spider-Man, Ryan oder wie man das auch immer ausspricht, sein. Das Ganze wird ja am 30. Juli, das heißt am nächsten Dienstag sein, um 17.00 in deutscher Zeit. Schauen wir uns das Comic mal an. Fünf Cover-Varianten gibt es hier natürlich wie immer mit der Rare und auch Ultra-Rack-Cover hier natürlich dabei. Ja, und ansonsten haben wir einen Listenpreis von 7 Dollar, 5000 Editions. Schauen wir uns das Ganze nochmal auf Go Collect an. Ja, ist nicht allzu spannendes Comic, muss man ganz ehrlich sagen. 9.8 hier gerade mal 6 Sales und 128 Dollar in 2020. Also wir sprechen hier auf jeden Fall von keinem äußerst spannenden Comic. Dementsprechend für mich persönlich auf jeden Fall ein Skip. Und schauen wir uns noch das letzte an von nämlich Dr. Profit hier, beziehungsweise Stacker zum Thema Omi2 NFT. Sie haben ja jetzt auch das Ganze möglich gemacht, dass man Omi-Token beziehungsweise Krypto insgesamt auf Stacker platzieren kann und dort hochladen kann. Ich habe dasselbe jetzt auch schon getestet. Das funktioniert alles unfassbar smooth. Also auch für Web2-Leute ist das glaube ich äußerst entspannt und wirklich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Es funktioniert alles sehr schnell über die Base-Chain. Also insgesamt hier auf jeden Fall wirklich ein dicker fetter Daumen hoch an den Dr. Profit und das gesamte Stacker-Team. Wirklich eine äußerst gute Arbeit und ich bin sehr gespannt schon auf die ersten Eindrücke von Omi2 NFT über Stacker. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir da draußen hat das gesamte Video gefallen. Und wenn dir das ganze Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, euer Käpt'n. Ciao, ciao.